Liebe Leser, ich möchte ein Video machen, ein Werbevideo, ein schamloses Werbevideo. Ich möchte ein Buch vorstellen, das jeder Katholik kaufen muss. Ja, ich würde sogar sagen, jeder Christ. Nach der Bibel ist das eines der besten und wichtigsten Bücher, die man kaufen kann. Es geht um den römischen Katechismus, um den Katechismus Romanus. Es gibt keinen Katechismus, der den katholischen Glauben so gut auf den Punkt bringt, der so eine klare Sprache hat, wie den römischen Katechismus. Ich kann nur sagen, das ist ein absoluter Pflichtkauf. Gerade in der heutigen Zeit, in der Zeit der Glaubenskrise, in der Zeit der großen Not des Glaubens, ist der römische Katechismus ein absoluter Pflichtkauf für jeden, der den katholischen Glauben kennenlernen möchte und der seinen eigenen katholischen Glauben besser verstehen möchte. Der Katechismus Romanus ist entstanden nach den Beschlüssen des Konzils von Trient. Und ja, er bringt wirklich in sehr, sehr guten Abschnitten und Teilen den katholischen Glauben auf den Punkt und formuliert das auch wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr schön und sehr, sehr klar. Auch viel besser als der Weltkatechismus. Benedikt XVI. hat auch als Kardinal gesagt, dass der römische Katechismus der wichtigste katholische Katechismus ist, den es gibt. Er ist gegliedert in vier Teile. Der erste Teil behandelt das Glaubensbekenntnis, der zweite Teil die Sakramente, der dritte Teil die Zehn Gebote, der vierte Teil die Gebete und das Vaterunser. Und es gibt hier in dieser Ausgabe vom Reno-Warm-Verlag auch noch vier Anhänge, in denen noch die Dogmen vorkommen, die nach dem Konzil von Trient verkündet wurden. Und dann der letzte Anhang, da geht es um das Dogma Maria Himmelfahrt, das Bius XII. verkündet hat. Also der römische Katechismus ist, wie gesagt, wirklich ein absolutes Grundlagenwerk für jeden Katholiken. Deswegen, ich habe selber hierin natürlich gelesen und ich kann nur sagen, so schön hat noch kein Katechismus den Glauben auf den Punkt gebracht. Das Gute auch an dieser Ausgabe, die dieses Jahr erschienen ist, ist, dass sie auch eine sehr, sehr gute Qualität hat. Also das Buch ist wirklich sehr, sehr gut gebunden. Es ist auch, ja, es ist auch stabil, ja, man kann es auch fallen lassen, es geht nicht kaputt. Und es gibt hier auch an den Seiten immer gute Erklärungen, dass man auch weiß, was man hier gerade liest. Und es hat ein sehr, sehr gutes Schriftbild. Und es ist, ja, es ist wirklich, also es ist für mich eine sehr, sehr große Freude, dass der römische Katechismus jetzt wieder neu erschienen ist. Weil gerade auch in dieser heutigen Zeit, ja, wo es so eine große Glaubenskrise gibt, wo so viele Katholiken ihren Glauben verlieren, ist es ein absoluter Segen, den Katechismus zu haben. Es ist auch wichtig, dass wir den Katechismus lesen. Denn wenn wir uns nicht im Glauben bilden, wenn wir unseren Glauben nicht gut lernen und studieren, laufen wir Gefahr, den Glauben zu verlieren. Und eine schlimmere Tragödie kann es in unserem Leben nicht geben. Auch gerade, ja, wenn wir Familie haben, wenn wir Kinder haben, die vielleicht im Religionsunterricht ganz schlimme und schlechte Sachen lernen, wenn sie da falsche Sachen lernen im Religionsunterricht, hilft halt auch der Katechismus, dass man einfach selber mal nachschaut, was ist der katholische Glaube, und so auch seinen Kindern wieder beibringen kann, was katholisch ist. Und auch gerade, wenn man neu im katholischen Glauben ist, ist der Katechismus einfach gut, um sich zu bilden. Wir haben ja auch heute die Situation, und das kann man eigentlich kaum sagen, aber, ja, es ist, denke ich, so, dass auch viele Priester den katholischen Glauben nicht mehr wirklich kennen oder ihn nicht richtig verkünden, auch Bischöfe. Und gerade dann ist es gut, wenn wir den Katechismus haben, wenn wir wissen, was katholisch ist. Ja, es geht darum, dass wir den Glauben kennen, denn wir sind zuallererst auch verantwortlich, dass wir den katholischen Glauben vollständig annehmen und bewahren, um unsere Seele zu retten. Und dafür ist wirklich dieser Katechismus absolut gut und absolut notwendig. Und es gibt keinen Katechismus, der das halt besser macht als der römische Katechismus. Also, es ist ein ganz, ganz großartiges Werk jetzt vom Renovarmen Verlag, dass er den Katechismus jetzt neu aufgelegt hat. Wir haben jetzt die Chance, den Katechismus ganz neu, als ganz neues Buch zu bestellen und uns im Glauben zu bilden, unseren katholischen Glauben in der vollen Schönheit kennenzulernen und wirklich zu lesen, was wirklich katholisch ist und was nicht. Und das ist in diesem Buch im römischen Katechismus wirklich einmal schön niedergeschrieben. Gerade auch, was die Auferstehung angeht. Das ewige Leben, das ist unfassbar schön hier in diesem Katechismus beschrieben. Ja, und weil der Katechismus und dieses Werk natürlich so gut ist und so wichtig, ist es aktuell auch ausverkauft und aber wieder lieferbar. Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, ab Ende Februar gibt es den Katechismus wieder, kann man ihn wieder, ist er wieder lieferbar. Aber man kann ihn auch jetzt schon vorbestellen. Also, in dieser Zeit der Glaubensnot, der Glaubenskrise, wo viele Priester und Bischöfe selbst nicht mehr wissen, was katholisch ist, wo wir Gefahr laufen, im Glauben verwehrt zu werden, wo wir Gefahr laufen, falsche Dinge anzunehmen, wo die Kinder in den Schulen, im Religionsunterricht falsche Sachen beigebracht bekommen, kann ich nur sagen, kauft euch, kaufen sie sich diesen Katechismus, lernen sie den katholischen Glauben kennen, bewahren sie den katholischen Glauben und verbreiten sie den katholischen Glauben. In dieser Zeit der Krise können sie nichts Besseres tun und sie können es mit keinem Buch besser tun, als mit dem römischen Katechismus. Deswegen eine absolute Kaufempfehlung, ein absoluter Pflichtkauf für jeden Katholiken. Vielen Dank.